Aber bei den Fonds, 101 und 143, das war schon heftig. Wo geht's denn? Wo war denn da hinten? Nee, ich war ja bei dem hier. Hoffentlich geh ich jetzt richtig. Ich überlege gerade. Ich war, glaube ich, bei dem hier hinten. Ja klar, ich war mal, wo es Seil ist. Hm, okay. Ah! Ich hab dich auch schon mal geimpft. Aber ich glaube, das ist das mit den Wölfen, ist das, glaube ich. Der brennt. Halt die Fresse. Ein Wolf. Nee, ich war gar nicht bei dem. War ich bei dem? Ist es nicht. Alter, ich bin bei der Roten. Das sind doch die Roten. Ja, ich bin bei der Roten. Cool, ich hab... Oh, peinlich. Aber ich wollte mir noch Dings holen. Bums. Ich wollte mir die Flaggen von den anderen auch noch holen, um dass ich die immer mal wechseln kann, weißt du? Okay, dann hab ich nämlich Geld für die nächste Flagge. Das mach ich jetzt einfach mal. Erstmal haben, weißt du? Da, Mann. Oder krieg mal was Cooles für... Wie viel Kilometer habe ich denn? 3.403, ich glaube 2.000 noch, aber das kostet der Umhang, ne? 5.400 hab ich. Wie viele Lichtpartikel habe ich denn? Ich habe jetzt 36 Lichtpartikel. Wo war denn der, wo das... Scheiße. Jetzt muss ich mal hier... Jetzt muss ich mal ganz kurz den Stream reinfragen. Blue, wo war denn der, wo ich gesagt habe... Wo ich gesagt habe, wo das Maschinengewehr so gut war, wo ich mich so geärgert habe, dass ich da unten zu den Roten gegangen bin. Wo war denn der Blue? Du warst dabei. Oder Crazy, du warst auch dabei. Nein, das weißt du doch gar nicht. Du warst doch gar nicht dabei. Scheiße, wo war denn der? Erfordert Rang 3. War das hier? Er hat die O-Shader, Slay. Oben, wa? Der mit dem Wolf, die Scheiße hier. Ich weiß, ja. Die habe ich ja alles schon. Oh, Rang 3, ey. Ich will dieses Emblem, will ich haben. Das sieht geil aus mit den Wölfen. Scheiße, wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Hast du meinem Nick? Passt du Odin, weißt du? Ich kriege echt mal jetzt die nächste Zeit Schmelziger Scheiße, Kacke. Ich will dich da wirklich nicht nachladen. Schlagkraft war scheiße. Ey, kann ich mir wirklich keinen einzelnen Umhang hier kaufen? Hier. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Verdammt. War das der? Ey, hier kann man sich echt keinen einzelnen Umhang kaufen. Was ist denn das für eine Pisse? Alles nur Titan oder Jäger. Danke. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Ich hoffe jetzt auf Blue oder Crazys Antwort. Dass die das noch wissen, welcher das war. Aber wenn Slay, wenn es nicht dasteht, für wen ich die Rufpunkte sammle, dann ist es doch automatisch immer meine Tussi, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, dann lege ich den Reifen mal an. Mal gucken, was passiert. Oder war das da hier oben? Aber ich will ja eh unten da mir eine Waffe holen. Aber davon muss ich erst mal Rang 3 kommen. Oh, den muss ich da noch PvP zocken. Dann würde ich ja eh da mit Manu machen. Ja, PvP muss ich auch noch machen. Aber ich will, ich muss nur gucken, dass ich hier irgendwie mal gucke, mal vor und ruf. Aber der hat es noch mal besser. Okay, mal den da unten vormerken. Wo war denn jetzt der andere? Wo war denn noch der dritte? Welchen? Ja, Monarchie hinten und dann eh nach oben noch im Raumschiff drinnen. Im Raumschiff drinnen? Also hier hinten die zwei habe ich gerade abgeklappert. Na, dann die Monarchie. Ach, es gibt bloß drei? Ja. Es gibt nur drei. Ach so, okay, dann ist mir klar, welchen ich wählen wollte. Okay, dann hat es schon gepasst. Ich dachte, da gab es noch mehr. Ach, die Königin gab es ja bloß noch. Ja, aber es ist keine Fraktion. Die konntest du ja durch die Beute zugemacht haben. Dann war es der hier. Hinweis, die Munitionslager des Torms sind nur gering gefüllt. Stimmt es fahrsam sein. Setzt euch in Acht. Bei den Toten? Ja, stimmt. Ja, genau. Kauf dir beim Kryptarch wat. Am besten, was grün leuchtet. Dann kriegst du den Kryptarch auch gleich noch wat Level hoch. Kryptarch grün wo? Wat, hä? Wer? Ich, du. Slay hat gesagt, der weiß nicht, wo man hin mit seinem Geld. Ja, Kryptarch krieg verjessen. Hab ich jetzt zweimal hochgedrückt und dann kam irgend so ne grüne Pisse. Äh, so ne weiße Pisse. Ja, dadurch kriegst du das Level auch hoch an. Du musst das grüne nehmen, wat grün leuchtet. Nicht die normalen Helm codiertes Engram, sondern das wat grün leuchtet. Ist ein bisschen wat teurer und da kriegst du den dann halt auch ein paar Prozentpunkte hoch. Cool, das passt jetzt noch mehr, noch besser zu meinem Outfit. Den schwarzen. Oh mein. Cool. Arsch, oder? So. Ich wäre soweit. Ein, ein, was mach ich noch mit, aber danach geh ich in die Kiste. Ja, ich will nur schnell wat gucken und dann kannst du nur los starten. Dann können wir ja ein bisschen, äh, Vorhut machen auf dem Mond. Oder so. Nein, das ist langweilig. Meister. Geh mal kurz rauchen. Ja, ich ausgekeks habt. Sehr interessant, wie immer. Hier haben sie noch. C30G ist in der Stadt verschwunden. Und wir sind bereits... Vielleicht sollten wir mal zu Odin... Achso, der Ding ist ja gar nicht stark. Einfach mal in dein Orbit kommen. Und dann kannst du ja mal das 24 schon machen. Warum machen? Aber es dauert halt ewig lang, ne? Ja. Aber wer 24 hat sie denn schon? Erkennt man an den Adlern. Crazy, solche Sprüche kommen heute nicht gut ein. Bei den ganzen schwulen Witzen dahinter. Was willst du denn in der Kiste? Ist doch viel zu eng. Hallo? Hallo? Achso, das ist der Seil. Bleib dabei stehen! Bleib dabei stehen! Bleib dabei stehen! Ich will nicht angucken! R3! R3! Ey, ich drück so oft R3, das gibt's gar nicht. Und spizieren! Also der sieht auch cool aus. Mir gefällt die Handschuhe. Sind da Steine drin? Bücher, Bücher für die Zitanen. So schwer. Haus, das lohnt das. Neue Monarchie. Sehr wichtig. Steht auf dem Paket. Ja, genau. Der Horst Renau. Was hab ich denn hier eingeschnauern? Du musst mich einfach nur zum Dings befördern. Dann bist du fertig? Ich bin fertig. Ich muss mich nur befördern. Kannst du hier machen. Ja, ich bin doch oben. Hättest du mich doch hier einfach zum Droppleiter befördern können. Brauchst du ja nicht extra ein Orbit-Team. Ja, ich überlege aber gerade, wenn du sagst, Level 24 dauert so lange. Das ist ja auch kacke. Muss ich gucken, welche da steht. Bei der Vorhut meinst du das oder was? Wie kann ich denn dich jetzt ja... Details... Ah, hier. Zack, hab dich befördert. Mach mal das einfach mal in Zufällungsstrike. Jetzt mal reingucken. Jetzt der Ende Vorhut. Und das letzte hinten. Boah, 24, ey. Alter, ich bin so im Arsch. Aber mach ruhig. Geht nicht? Geht nicht, weil du blinkst. Du blinkst. Wie ich blink. Du hast den Lichtlevel hast du zwar schon angesatzweise hoch. Du musst jetzt gucken, dass war... Ja, da bleibt nur... Da muss ein Minimum 22 sein bei 24. Nee, 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 nee. Er reicht schon, wenn da 21 ist. Wenn da die gelbe, wenn die gelbe 21 da steht. Naja. Also wir müssten... Am besten wäre jetzt irgendwie Vorhut oder so Mission irgendwo, dass er ein paar Gegner abschlachten kann. Nö, das dauert mir jetzt zu lange. Da hab ich jetzt keine Lust. Und dann kriegt er da ja... Dann mach mich nochmal... Dann mach mich nochmal zum Trupf hier, Roboter. Gucken wir halt mal, was wir hier so noch machen können. Jetzt raus. Warum ist das denn schwarz? Ja, aber nicht wieder so ein Quatsch wie letztens. Also da bin ich dann... Nee, das muss ich wieder stundenlang da drin rumrennen. Ach, das ist echt mir zu blöd. Kriegt er auf dem Mars überhaupt was drin? Ach, siehst du das schon? Siehst du, ich brauch nur noch gefallene, dann brauch ich auch nur noch drei. Dann hab ich da auch schon wieder... Deck Primus, Mission auf dem Mars. Ja. Wie wollte er jetzt die Patrouillen hier gemacht? Ja. Ja, crazy. Was denkst du? Was denkst du, warum bei mir das Level 22 Strike so ein bisschen schlecht von der Hand ging? Le? Warte. Und Onkel Pennied, hast du Bock noch Schwert von Cota und Sek Primus auf dem Mars zu machen? Oder eins, ich brauch auch noch ein Strike ohne zu sterben, dann können wir Erde machen. Vielleicht hat Manu ja auch noch Bock, dann sind das 300 Punkte, die man sammeln kann. Wenn wir jetzt vorhut ja auch noch mal ein 200 Punkte sammeln, dann könnte ich mir meine Lila in den Stiefel kaufen. Dann bin ich Rang 2. So schien Bock hab ich nicht, nee. Okay, dann... Okay, jetzt gehen wir hier. Dann können wir danach vielleicht noch ein bisschen Drive-Club kloppen, ja. Wir haben Hüterleuchtsignale für den Ton platziert. Wenn wir sie finden, können wir der Stadt helfen. Was? Ich hab irgendwie vergessen, was ich machen muss. Die grünen Leuchtsignale musst du dein Ding aktivieren? Ja, ich weiß, aber hast du schon was aktiviert, oder? Nö. Nö, doch. Irgendwas ist aktiviert. Na, sagst du. Nee, nicht. Vorbei. Ich will ihnen ihre Gesichter mal sehen, die Penner, ey. Sieht man nicht. Da sind ja was. Roter Geist liegt hier. Wo? Cool. Ach, den hab ich schon. Es leuchtet grün. Hüter, es ist ein mächtiger Feind in der Nähe. Yeah. Greift ihn an, bevor er euch angreift. Oh, geht's runter. Wo ist er? Wo ist er, der mächtige Feind? Hier ist irgendein Ding aufgegangen. Irgendein... Ja, du musst jetzt wieder zum weißen Pfeil da. Irgendein... Wie heißt das denn, die Scheiße? Irgendein... Event? Nee, nee, das ist die Mission, die gestartet hat. Ach so. Okay, okay, okay. Ben fehlt mir ohnehin, oder? Alter, ich verraffte es ja dort. Ja, irgendein Event bereut, dann krieg ich auch noch mal 100 Punkte. Aber wenn wir hier so ein bisschen rumrennen, kommt er vielleicht noch mal ein Event. Ob jeder vielleicht nachher noch Bock hat? Das sucht ihr, ey, übelst. Ey, ich will dieses Scheiß... Du wolltest doch eigentlich heute zeitig ins Bett gehen. Und nach vorne hast du noch gesagt, du willst... Du willst ins Bett gehen. Du willst nicht gehen. Alter. Ja, mich geht's ja nix an. Stirb da, du Hund. Ich muss jetzt mal gucken, was... Alter. Also, wieder sollen wir hier und einfach die Beat verteidigen. Oder? Okay. Das ist doch egal, er. Komm mal her, komm. Komm, wo bist du? Da. Hihihi. Jetzt mal ganz ruhig bleiben. Ich will jetzt mal ganz kurz... Au, 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 au. Haben wir das jetzt? Wo sind wir denn? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ey, das geht mir im Sack. Na, irgendwann wollen wir mal wieder den Radar einspielen. Hehe. Tot. Bei mir ist echt jetzt gerade so eine totale Phase, wo ich nicht mehr durchblick. Ich glaube, du kannst, was ist jetzt schlimmer an dem Spiel. So, jetzt reicht's. Ist hier irgendwo ein Gegner, weil ich würde gerne mal gucken, was ich hier für Beutemissionen machen muss. Okay, Wildnis gibt es Probleme, die noch einen Hüter lösen können. Schließt sechs Patrouille ein bisschen, das machen wir ja gerade. 9.000 Erfahrungen, ich hätte auf die schon noch hinkriegen. Ach, scheiße. Ich hab keinen Bock, jetzt direkt Figuren zu suchen. Die 9.000 vollkriegen, okay, aber... Ah, hier, Captain, den wir alle machen sollen. Oh, da, komm her. So, glatt. Mission geschafft. 25 Punkte. Ich gebe Ikora Bescheid. Hehehe. Alter. Alter. Wenn hier irgendwo eine Mission und was grün leuchten geht, nimmt man. Alter. Wow. Von allen Seiten... Ey, komm her. Du randiges Dreckvieh. Mütter. Unsere Feinde haben extrem interessante Objekte in ihrem Besitz. Übermitteln verschlüsselte Details zur Beute. Ja. Das heißt, einfach Gegner platt machen und einsamen, was sie verlieren. Oh. Alter. Trixack. So. So. Jetzt müssen wir hier gucken. Da drüben. Yeah. Du bist der Taubes Nüsschen. Yeah. Du bist Spongebobby guckt, ne? Hahaha. Ich bin der Taubes Nüsschen. Rock. Du, 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 du. Das ist ein Geil, der Film. Ich habe den Hässel aufgeritten, Alter. Oh, tot. Manu ist schon ins Bett, oder was? Ne, Manu ist noch im Spiek. Ach ey, was mache ich denn hier überhaupt? Wo seid ihr denn? Das sehe ich gar nicht mehr. Ey, ist doch scheißegal. Einfach Gegner bedienen. Wo wir sind, ist scheißegal. Jeder kann eine Mission angeben. Ich weiß, ich weiß, ich kenne das. Ich habe das schon mal mit euch gemacht. Oh, mein. Ich habe alle Kack nachgeladen. Gute Arbeit. Ich sage, der Stand ist wie alles. Wo habe ich denn hier überhaupt die scheiß Panzertypen hier? Das ist ja übel. Irgendwie habe ich nur das Gefühl, die kommen immer noch auf mich. Ne, ne, die kommen auch. Mann, jetzt muss ich wieder nachladen, wo das ein Schild fällt ist, ey. Einige Maschinen in diesem Gebiet könnten wichtig für uns sein. Besorgt so viel wie ihr könnt. Alter. Ankommen. Alter. Oh. Tschüss. Wo denn? Wo denn? Ja, wer ist aber doch vorbei geschossen. Ah. ich war super super kenne deinen feind alter war büßtisch Köln 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 er kommt mehr Ich bin da. Was ist denn? Ich bin tot. Da bist du.